Ich bin Franziska Vancellaya. Ich bin ein Erasmus aus Perugia, Italien. Hier gehe ich durch meine WG in Freiburg. Was ich trage, heißt Gartenzwerg. Dieses Wort kannte ich nicht zu Beginn meines Austauschjahres. Ich habe viel gelernt in Germania. Das bin ich bei meiner Ankunft. Hallo? Gibt es niemand? Hallo, ich bin Franziska aus Italien. Meine Mitbewohner sind alle nicht da, aber ich stelle sie euch vor. Das ist Cedric, ein total verrückter Reber. Cedric, fix. Das letzte Tegernseher. Jetzt muss ich auch das scheiß Spülwasser das machen. Hier, Beufi. Er ist eigentlich kein Deutscher. Er kommt aus Bavaria. Die hier mit der Aschissigarette, die glaubt nicht an der Papst, nur an Mundtrennung. Ihr Name Keter. Das ist Klaus Christian. Von ihm kenne ich Wörter wie Nachtruhe, Privateigentum, Lebensplanung oder Versicherungsschutz. Sie waren alle sehr liebsbereit. Du hast Zeitkurs dafür nicht stehen lassen. Entschuldigung. Soll ich dir das mal erklären mit dem Pfand? Du brauchst deine Haftpflichtversicherung. Gewöhn dir endlich mal an, pünktlich zu kommen. Entschuldigung. Ich muss zu viele Sachen machen. Unglaublich. Hey, Wolfi. Servus. Du sag mal, der Cedric, der ist schon seit Tagen nicht mehr aufgetraut, oder? Weißt du irgendwas? Ich weiß auch nicht. Aber hat der sie nicht vorgestellt mit der Francesca treffen wollen, zum Mensagehen? Ja, ich weiß. Ich hab die auch schon gefragt, aber die meinte, der wäre halt einfach nicht gekommen. Ich glaub, die ist ziemlich sauer. Weiß ich nicht. Tja, naja, ich geh erst mal pennen. Aber der. Kehle. 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 Hör an. Etwas ist faul in der WG. So. Welche meinen nicht natürlichen Tod? Nicht natürlichen Tod. Tod! Tod! Ist unglaublich! Du musst aufräumen! Ist eine schmutzige Scheiße! Ich mach es doch gleich! Sorry! Du musst bis 2 Uhr aufräumen! Ist unglaublich! Es ist spät! Du hast noch 5 Minuten! Okay? Unglaublich! Entschuldigung, Käthi! Ich habe nicht verstanden, wie die Waschmaschinen funktionieren. Kannst du bitte mir ein Zeichen? Ja, tut mir so leid wegen vorhin. Klar, ich zeig's dir! Danke, danke! Oh nein! Das sind die Waschmaschinen. An dem Radler kurz das Eis stammt. Oh! Ulfie! Haaaaah! Haaaah! Haaaa! Haaaau! Oh Gott! Mimmst du den Genitiv, du Arsch? Nicht die Daltgatte! Du hättest auf Frauen, Schlampen! Sag mal, Francesca, hast du Wolfi und Kette gesehen in der letzten Zeit? Nein! Na ja, komm ich. Käppchen? Ja, danke. Und wo kommen die Gartenzwerge in ihrer Zimmer her? Ich will so auch einen. Das ist kein Filterkaffee. Endlich gibt es nur noch mich und die Gartenzwerge. Jetzt habe ich meine Ruhe. Hallo, ich bin Juan aus Spanien. Ich bude sie! Oh Gott! Komm curs los Blach! Komm kması! Komm si just fifteen row기도, kommt die Niedernappe. Und jetzt muss ich yte den Taschen. Dann kommen wir den Den Bren. Dann kommen wir ihn um Quadrat, Dann kommen wir mal! Dann kommen wir mal. Dann kommen wir mal! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020